Mit dem New Balance Transit Hoodie bist du nicht nur auf deiner Laufstrecke gut ausgerüstet, du kannst es auch gut verwenden bei anderen Outdoor-Aktivitäten. Bei dem Hoodie mit der meliierten Optik wurde viel Wert auf Bequemlichkeit und Komfort gelegt. Die New Balance Dry-Technologie sorgt dafür, dass die Schwitzfeuchtigkeit nach außen transportiert wird. Mit dem Zwei-Wege-Reißverschuss wird eine flexible Belüftung ermöglicht. In den beiden Taschen mit Reißverschluss kannst du deine Laufutensilien sicher verstauen oder zur Not deine Hände wärmen. Die Kapuze schützt deinen Kopf vor Kälte, ist einstellbar und mit einem weichen Innenfutter ausgelegt. Die Ärmel des Hoodies sind mit Daumenlöchern versehen, sie geben deine Hände einen zusätzlichen Schutz vor Kälte. Die vielfachen Einsatzmöglichkeiten des New Balance Transit Hoodies machen es deshalb so interessant, weil es für verschiedene Sportarten einsetzbar ist. Du erhältst es in verschiedenen Farben in einer Runnerspoint-Filiale oder bestell es direkt hier bei uns im Onlineshop unter runnerspoint.com.